Ja, so ist es im Leben. Ja, so ist es nun mal. Ein Ausdruck, der die Hilflosigkeit und Annahme einer Situation ausdrückt. Ja, aber es ist mein Leben. Mein Leben. Dein Leben. Das Leben der Kinder. Das Leben meines Partners. Im Grunde kann jeder für sich sagen, ja, aber es ist mein Leben. Braucht mein Leben eine Veränderung? Braucht mein Leben eine Entrümpelung? Ignoriere ich mein Leben, um mich dirigieren zu lassen? Ignoriere ich mein Leben, um andere zu gefallen? Mein Leben soll mir heilig sein. Mein Leben soll Glück bedeuten. Mein Leben soll Freiheit in meinen Entscheidungen sein. Mein Leben. Mein Weg, wo andere teilhaben dürfen, um das Glück noch größer werden zu lassen. Mein Weg, dem ich Beachtung schenke. Mein Weg, der für andere Inspiration und Aufforderung bedeutet, um auch seinen eigenen individuellen Weg zu finden. Denn es ist sein Leben, so wie es auch mein Leben ist. Mit diesen inspirierenden Gedanken aus dem Tag gegriffen, bedanke ich mich für dein Zuhören und wünsche dir alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank! Vielen lieben Dank! Vielen lieben Dank! Vielen lieben Dank! Vielen lieben Dank!